In diesem Video geht es um Madonna. Ich erkläre dir, wer Madonna ist und womit sie sich den Titel Königin des Pop verdient hat. Madonna ist eine berühmte Sängerin, Tänzerin, Schauspielerin und Geschäftsfrau aus den USA. Sie wurde am 16. August 1958 in Michigan geboren. Heute ist sie als Queen of Pop bekannt. Das bedeutet, dass sie eine der einflussreichsten und erfolgreichsten Popmusikerinnen der Welt ist. Madonna hat im Laufe ihrer Karriere viele verschiedene Musikstile ausprobiert. Sie begann in den 1980er Jahren mit Pop- und Dancemusik, die sehr fröhlich und energiegeladen war. Später experimentierte sie auch mit anderen Stilrichtungen wie etwa R'n'B, elektronische Musik und sogar Folk. Ihre Lieder handeln oft von Liebe, Freiheit und Selbstbewusstsein. Einige ihrer bekanntesten Hits sind Like a Virgin, Material Girl, Vogue und Like a Prayer. Madonnas Karriere begann in den frühen 1980er Jahren, als sie in New York City lebte und anfing Musik zu machen. Ihr erstes Album, Madonna, wurde 1983 veröffentlicht und war ein großer Erfolg. Seitdem hat sie viele weitere Alben herausgebracht und weltweit über 300 Millionen Platten verkauft. Das macht sie zu einer der meistverkauften Künstlerinnen aller Zeiten. Madonna ist auch für ihre spektakulären Bühnenauftritte bekannt. Sie trägt oft ausgefallene Kostüme und zeigt beeindruckende Tanzchoreografien. Bei ihren Konzerten gibt es viele Lichteffekte, Videos und manchmal sogar Theater- oder Zirkuselemente. Ihre Shows sind immer ein großes Erlebnis für die Zuschauer. Neben ihrer Musikkarriere hat Madonna auch in einigen Filmen mitgespielt, wie zum Beispiel Evita und Desperately Seeking Susan. Außerdem hat sie einige Bücher geschrieben, darunter auch Kinderbücher wie Die Englischen Rosen. Vielen Dank. Vielen Dank.